So, hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es weiter mit Lego Ninjago und da habe ich hier das Set mit der Nummer 7177 die Reise zu den Totenkopf verließen. Das Set ist jetzt 2020 neu erschienen, die unverbindliche Preisempfehlung von Lego liegt bei 24,99 und dafür bekommt man genau 401 Teil. Darunter sind dann vier Minifiguren, die sehen wir hier schon mal. Und hier auf der Rückseite sehen wir schon mal die Funktionen, die das Set dann zu bieten hat. Die testen wir natürlich nachher gemeinsam am aufgebauten Modell. Und rechts oben sehen wir noch, dass man dieses Modell noch mit drei weiteren verbinden kann, um so ein großes Spielbrett zu bekommen. Die anderen Sets werde ich euch natürlich noch zeigen und wenn wir da alle zusammen haben, dann wird es nochmal ein Video geben, wo wir dann eben alle Sets miteinander verbinden und uns das große Spielbrett mal zusammen anschauen. Aber heute werfen wir natürlich erstmal einen Blick auf dieses Set. Und da werfen wir jetzt erstmal zusammen einen Blick in die Box und schauen mal, was da alles drin ist. So, in der Box waren jetzt drei nummerierte Tüten. Zudem hat man hier noch so ein großes Felsteil bekommen. Und noch den Spinner, der auch gleichzeitig der Würfel ist. Zudem haben wir auch wieder einen Stickerbogen mit einigen Stickern. Und zudem gab es hier noch eine Anleitung für das Brettspiel. Das werden wir nachher natürlich nochmal zusammen testen. Und hier links sieht man nochmal die Sets, die man dann eben miteinander verbinden kann. Und hier haben wir dann noch die Anleitung. Die sieht so aus und die hat insgesamt 89 Seiten. Und ich baue das Set jetzt mal kurz auf und wir hören uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. So, fertig. Hier haben wir jetzt das aufgebaute Set. Für den Aufbau habe ich jetzt so circa eine Dreiviertelstunde gebraucht. Und so sieht mal das Ergebnis aus. Und ich würde sagen, heute schauen wir uns auch wieder als erstes mal kurz die Minifiguren an. Und da es sich bei dem Set ja auch um ein Set der Bösewichte handelt, würde ich sagen, schauen wir uns den Bösewicht auch mal als erstes an. Das ist in diesem Fall Murt, geschrieben M-U-R-T. Er ist ein Ork und er gehört eben der Armee an des Totenkopf-Magiers. Die Figur sieht ziemlich cool aus. Die kam auf den Bildern früher, fand ich gar nicht so gut rüber, aber die ist sehr detailreich. Er ist hier auf jeden Fall bewaffnet mit einer Axt, die besteht aus drei Teilen. Zudem hat er hier noch die Panzerung auf der Schulter. Dieses Teil kennt man schon von den Drachenjäger-Sets. Also, da gab es auch schon dieses Teil, nur in einer anderen Farbe. Und zudem hat er hier noch ein Stud auf dem Kopf. Da steckt jetzt das Haarteil drin. Der Stud, das könnte vielleicht ja so ein Haargummi sein oder so, wo er seine Haare hochgebunden hat. Wenn einem das aber nicht gefällt, dann kann man den Stud natürlich auch entfernen und die Haare einfach so draufstecken. Das würde dann mal so aussehen und so hat man es ja früher auch gemacht, bei Nadakan zum Beispiel. Und hier sehen wir die Figur jetzt mal ohne Zubehör. Und ich finde, auf den Bildern kam es noch gar nicht so gut rüber, wie detailreich die Figur in Wirklichkeit ist. Also, als ich die gerade aufgebaut habe, da war ich wirklich positiv überrascht. Die sieht super aus. Wir sehen hier oben schon mal das grimmige Gesicht mit den gelben Augen. Aber auch die Torsobedruckung ist super. Hier mit der Steinkette um den Hals. Zudem sieht man hier noch ein bisschen seine Muskeln angedeutet. Und auch die Beinbedruckung finde ich super. Hier hat er so eine Art Linden-Schurz. Aber das sind auch so Rüstungsplatten. Also, ja, das sieht schon super aus. Und die Figur können wir uns noch mal kurz von hinten anschauen. Da ist sie nämlich auch sehr detailreich geworden. Hier sieht man zum Beispiel ein paar Details auf dem Hinterkopf. Und hier sieht man auf dem Rücken auch noch mal diese Steinkette, die er um den Hals trägt. Und auch so noch mal ein paar Details auf dem Rücken. Die zweite Minifigur im Set wäre hier dann mal der Lloyd. Er ist ausgerüstet mit seinem Quasten besetzten Schwert. Und in der anderen Hand, da hat er noch ein Schild. Das sieht auch super aus. Das ist ebenfalls ein bedrucktes Teil. Und hier sieht man halt mal so den, ja, ich würde mal sagen, das ist ein Drachenkopf oder so, der hier abgebildet ist. Und ja, das sieht super aus. Ein tolles Zubehörteil auf jeden Fall. Aber er hat noch weitere tolle Zubehörteile bekommen, wie zum Beispiel hier diese Panzerung auf der Schulter. Und hier hinten wurde dann noch dieser Clip befestigt. Da kann man dann zum Beispiel sein Schwert befestigen oder eben das Schild, je nachdem, was er gerade nicht braucht. Und zudem trägt er hier noch diese neue Ninja-Maske mit dem Visier hier vorne, also mit dem silbernen Visier. Ich finde, die sieht eigentlich ganz cool aus. Und so sieht Lloyd dann mal ohne sein Zubehör aus. Er trägt hier eben seinen neuen Ninja-Anzug, auch mit den ganzen Rüstungsplatten. Hier oben zum Beispiel diese Brustplatte sieht toll aus. Und auch hier unten diese Gürtelschnalle funkelt so ein bisschen, wenn das Licht drauf fällt. Zudem hat er noch einen gepanzerten Arm oder da ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Rüstung drüber. Die Beine sind dann aber ungeschützt, also hier keine Rüstungsplatten, aber sie sind auch schön bedruckt worden. Zudem sieht man hier schon mal das erste Gesicht. Und die Figur hat aber auch noch ein zweites Gesicht. Das sehen wir dann von hier hinten. Zudem sieht man hier mal die Rückenbedruckung. Da sind ebenfalls noch mal so ein paar Rüstungsplatten angedeutet. Und noch so ein paar Gurte. Und der zweite Ninja im Set ist dann hier einmal der Jay. Er trägt ebenfalls ein Schild in der Hand. Und als Bewaffnung hat er hier noch so eine Art Morgenstern. Zudem hat er auch wieder eine Rüstung hier auf der Schulter. Auch hier wurde ein Clip hinten befestigt. Also hier kann man dann auch entweder das Schild oder seine Waffe befestigen. Und natürlich trägt auch er seine neue Maske mit dem Visier hier vorne vorm Gesicht. Und so sieht Jay dann mal ohne sein Zubehör aus. Auch er trägt natürlich seinen Ninja-Anzug. Und da drüben auch wieder so eine Rüstung. Hier oben die Brustplatte oder die Brustpanzerung. Die ist noch ein bisschen größer als die von Lloyd. Dafür hat er aber keine Gürtelschnalle. Und er hat hier auch so einen silbernen Arm. Also hier ist dann auch noch ein bisschen die Rüstung drüber. Zudem sieht man hier dann mal das erste Gesicht. Da schaut er gar nicht so freundlich rein. Oder gar nicht so glücklich besser gesagt. Aber das zweite Gesicht sehen wir dann hier hinten. Hier ist er auf jeden Fall glücklicher. Und zudem sieht man hier auch wieder die Rückenbedruckung mit der Rüstung. So, die vierte und letzte Minifigur im Set ist dann hier einmal die Nia. Auch sie hat ein Schild in der Hand. Ja, man muss einfach sagen, das sieht schon cool aus. Und zudem ist sie noch bewaffnet mit einem Speer. Der besteht dann aus drei Teilen. Auch sie hat wieder diese Rüstung an mit dem Clip hier hinten. Und natürlich trägt auch sie hier die neue Maske. Die sieht eigentlich bei ihr ganz cool aus. Das ist so grau in grau. Also ihre eigentliche Maske ist ja grau. Und hier vorne das Visier. Naja gut, das ist wohl eher so ein bisschen silber. Aber es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und so sieht die Nia dann mal ohne ihre Ausrüstung aus. Und sie hat eine richtig coole Bedruckung bekommen. Auch sie hat hier so ein paar Rüstungsplatten mit blauen Details. Das sieht richtig gut aus. Und da drunter, das sieht noch so ein bisschen aus, als wäre das gefüttert. Oder vielleicht so ein bisschen gepolstert, damit es nicht so drückt. Also sieht auf jeden Fall gut aus. Und auch sie hat hier so ein paar Rüstungsplatten noch auf den Beinen. Also ja, vielleicht so ein angedeuteter Rock oder so. Und auch sie hat hier eine Rüstung noch am Arm. Zudem sieht man hier dann mal das erste Gesicht. Hier schaut sie ja ziemlich entschlossen rein. Und wenn wir uns nochmal das zweite Gesicht anschauen, da schaut sie ja ziemlich freundlich. Und auch hier sieht man dann nochmal die Rückenbedruckung. Ebenfalls nochmal mit der Rüstungsplatte und den blauen Details. Und darunter so ein bisschen der Schutz. Gut, das waren also mal alle Minifiguren. Und jetzt kommen wir zum Hauptmodell des Sets. Das ist hier das Totenkopfverlies. Das hat jetzt eine Länge von circa 22 Zentimetern. Eine Breite von circa 20 Zentimetern. Und hoch ist es ungefähr 13 Zentimeter. Und wir schauen uns jetzt mal zusammen die ganzen Details an. Und wir starten hier mal bei dem Weg, der dann eben hochführt zum Verlies. Hier unten seht ihr schon mal einen Clip. Da kann man das Set dann, wie gesagt, mit den anderen drei Sets verbinden, um ein großes Spielbrett zu bekommen. Und hier seht ihr ja schon die einzelnen Spielfelder. Überall, wo was drauf ist, also hier diese grünen Pfeile und auch hier oben der Totenkopf. Das sind leider alles Aufkleber. Der Weg hier hoch ist eigentlich ziemlich schön gestaltet worden. Also hier unten sieht man überall die angedeutete Lava. Zudem sind auch die Spielfelder hier oder die einzelnen Felselemente schön strukturiert gebaut worden. Mit verschiedenen Teilen. Und was mir auch noch ziemlich gut gefällt, ist hier dieses grüne Feuer, also diese Fackle hier an der Seite. Ich finde ja eben das Flammelement in grün, das sieht super aus. Und hier haben wir jetzt auch gleich schon die erste Funktion. Das seht ihr vielleicht schon hier links. Hier ist nämlich so ein roter Knopf. Den kann man reindrücken und dann passiert folgendes. Wir stellen hier aber erstmal einen Gegner hin und jetzt drücke ich mal den roten Knopf. Da wird der Gegner hier mal ordentlich runter katapultiert. Dann geht unser Weg hier weiter eben mit den ganzen einzelnen Spielfeldern. Hier muss man dann noch bei einer schwarzen Spinne vorbei und dann geht es hier die Treppe hoch. Und dann ist man eben hier oben auf der Plattform. Der Fels, auf dem die Plattform steht, ist auch schön gestaltet worden. Hier unten sieht man eben die ganze Lava. Da wurden auch noch so ein paar orange transparente Teile verbaut. Hier gibt es auch noch so einen kleinen Lavafall hier zwischen den Felsen. Das sieht ziemlich gut aus. Zudem ist diese Plattform hier oben auch noch mit diesen Holzbalken oder Holzbrettern abgestützt. Also ja, das sind auf jeden Fall nette Details. Aber hier oben ist auch noch einiges geboten. Hier rechts sieht man zum Beispiel gleich eine Kochstelle. Da lodert auch schon ein bisschen das Feuer. Und im Kochtopf gibt es heute zwei Knochen. Also sehr lecker auf jeden Fall. Hier hat man dann auch rechts und links diese grünen Flammen. Die finde ich super. Und in der Mitte haben wir dann das Ziel oder den Preis, den man erhält. Das ist hier dieses schwarze Schwert. Hier seht ihr das Schwert nochmal ein bisschen genauer. Das ist die Schattenklinge der Befreiung. Das sieht optisch ganz cool aus. Vor allem hier oben der Knauf. Das ist so ein schwarzer Totenkopf. Und das ist eben das Ziel, das erreicht werden muss. Hier ist dann auch das letzte Spielfeld. Da ist jetzt ein X drauf. Hier oben gibt es aber noch eine weitere Spielfunktion. Und zwar seht ihr hier links ja schon mal das Gefängnis. Das kann man noch hochziehen. Und zwar wenn man hier dran kurbelt. Das Gefängnis habe ich mal kurz abgemacht. Es hat halt so Holzstreben hier an der Seite und auch hinten. Hier oben ist dann noch das Teil, wo man es eben an der Kette befestigt. Und hier vorne ist der Eingang, die Türe quasi. Mit Katanas wurde das gebaut. Und die kann man dann so nach unten hin aufklappen. Und dann kann man hier einen unserer Nenja einsperren und die Klappe vorne wieder schließen. Und von hier hinten seht ihr nochmal, wie das Ganze funktioniert. Also vorne wird ja gedreht und hier wickelt sich dann die Kette auf. Und so sieht das Modell dann mal von hinten aus. Hier sieht man noch ein paar versteckte Edelsteine. Also hier unten zum Beispiel einen blauen. Und hier oben da ist noch so ein kleiner roter. Und ein weiteres nettes Detail finde ich hier unten das Bett. Der Ork muss ja auch ab und zu mal schlafen. Und wenn er dann hier mal ein Nickerchen macht, dann können unsere Nenja sich die Schattenklinge der Befreiung holen und gleichzeitig auch noch Jay befreien. Gut, das war also mal das Hauptmodell. Jetzt kommen wir hier aber noch zum Zubehör, das auch noch dabei war. Das ist ja einmal hier dann der Kreisel, der auch gleichzeitig der Würfel ist. Hier oben seht ihr ja schon mal die Augenzahlen. Also 1, 2, 3. Und dann geht es wieder los bei 1. Also die höchste Zahl, die man eben würfeln kann, ist eine 3. Und hier unten gibt es noch zwei verschiedene Symbole. Einmal ein Totenkopf und noch ein Herz. Die sind dann auch noch wichtig für das Spiel. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich noch. Und hier in dem Spinner oder in dem Würfel ist dann auch Platz für eine Minifigur. Da habe ich hier mal die Nia reingestellt. Und jetzt kann man dann eben würfeln. Das wäre jetzt eine 3. Und falls ihr noch so eine Abschlussvorrichtung hier habt, dann könnt ihr damit auch würfeln. Also da könnt ihr auch den Spinner reinstecken. Davon wird es ja auch drei neue geben. Die habe ich leider noch nicht. Die werde ich euch aber noch zeigen. Dieses ist jetzt eins von den Spinjutsu Slam Packs. Und da nehme ich einmal hier den Spinner eben da oben raus. Da muss man dann dieses Teil abmachen. Das kommt dann unten an den Würfel hin. Da muss man mal das goldene Teil hier abmachen, das normalerweise hier drauf ist. Und das steckt man einfach hier rein. Steckt es dann hier oben auf die Abschlussvorrichtung. Und dann kann man hier ebenfalls würfeln. Und dann haben wir hier jetzt noch die Lebensanzeige. Die ist eigentlich ganz nett gemacht worden. Hier vorne mit den drei goldenen Herzen. Wenn man eben ein Leben verliert, dann klappt man es einfach so nach vorne um. Dann hat man noch zwei Leben. Und dann noch eins. Und wenn das letzte weg ist, dann ist eben Game Over. Und im Hintergrund seht ihr ja schon, da sind noch zwei Stats. Da kann man entweder eine Minifigur hinstellen. Oder den Würfel, wenn man gerade nicht spielt. Dafür muss man dann bei dem Würfel auch wieder das goldene Teil abnehmen. Aber es ist ganz gut, dass hier nebenbei eine Kiste ist. Da kann man das Teil dann rein machen. Und den Würfel stellt man dann einfach hier auf die beiden Stats. Gut, und jetzt schauen wir uns noch mal kurz an, wie gespielt wird. Dafür ist ja hier diese kleine Anleitung mit dabei. Fangen wir mal vorne an. Also den Bösewicht stellt man auf das Feld mit dem Totenkopf. Das können wir gleich mal machen. Der kommt dann hier hin. Und der Ninja, der startet eben unten bei dem ersten Feld mit dem Pfeil. Das ist dann hier. Und dann wird einmal gewürfelt. Das können wir auch mal kurz machen. Mal schauen, was dabei herauskommt. Okay, das ist jetzt eine Eins. Das heißt, wir dürfen ein Feld vor. Da passiert jetzt noch nichts. Da ist keine Aktion oder so. Würfeln wir einfach noch mal. Das wäre jetzt eine Zwei. Und das passt eigentlich perfekt. Jetzt kommt man genau auf das Feld, wo eben hier dann der Bösewicht steht. Ich stelle den Ninja nur mal kurz hier hin. Dann kommen wir nämlich zu der Duellphase. Die ist dann hier abgebildet. Hier muss man jetzt noch mal würfeln. Und jetzt sind hier unten diese Zeichen eben wichtig. Wenn man ein Herz würfelt, dann gewinnt eben der Ninja. In diesem Fall eben der Lloyd. Und wenn man den Totenkopf würfelt, dann gewinnt eben der Bösewicht. Ich würfle mal kurz und mal schauen, was passiert. Das wäre in diesem Fall jetzt ein Herz. Das heißt, wir würden gewinnen und könnten hier den Bösewicht einfach wegsprengen. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt einen Totenkopf gewürfelt. Dann hätten wir ja ein Leben verloren. Dann würden wir hier einfach so ein Herz umklappen. Und dann kann man je nachdem, wie man es gerne hätte, entweder wenn man es schwerer hätte, dann würde man sagen, man muss wieder zurück zum Start. Oder wenn man es etwas leichter haben möchte, dann wird einfach noch mal gewürfelt. So lange, bis man halt ein Herz hat. Oder so lange, bis halt alle Leben weg sind. Und dann kann man eben noch ein bisschen variieren. Und man kann zum Beispiel sagen, man muss gegen den Bösewicht kämpfen, wenn man dran vorbeikommt. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel stehen würde und eine 3 würfelt, dann wäre das ja 1, 2, 3 bei der Spinne. Aber man kann ja sagen, man muss trotzdem gegen den Bösewicht kämpfen. Oder wenn man es eben ein bisschen leichter haben möchte, dann sagt man nur, wenn man genau auf dem Feld landet, dann muss man eben gegen ihn kämpfen. Also das kann man dann beliebig variieren. Und es gibt noch eine tolle Sache, wie ich finde. Also wie gesagt, man kann ja die 4 Sets zu einem großen Spielfeld verbinden. Aber das braucht man nicht unbedingt. Also es reicht eigentlich, wenn man sich bloß ein Set kauft. Weil auf der Rückseite ist hier nochmal ein Spielbrett abgebildet. Und da reicht es dann eigentlich, wenn man eins der 4 Sets hat. Die 4 Sets sind dann hier an der Seite abgebildet. Und die 71717 ist da oben. Das wird dann einfach da oben hingestellt. Und gestartet wird dann hier in den Iago. Und dann läuft man hier eben den Weg ab, bis man da ist. Und man kann natürlich je nachdem, wie es einem gefällt, über ein paar Gegner platzieren. Und somit dann natürlich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen anpassen. Gut, und damit kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Ich habe ja bis jetzt 2 Sets von den Staffel 13 Sets vorgestellt. Und ich muss sagen, dieses hier gefällt mir bis jetzt am besten. Für 25 Euro kriegt man hier einiges geboten. Man bekommt 4 coole Minifiguren. Zudem noch den Würfel. Dann noch so ein kleines Modell eben von dem Verlies mit. Wir haben ein kleines Spielbrett schon mit dran. Aber was ich halt richtig gut finde an den Sets allgemein ist, dass man noch ein Spielbrett in Papierform mit dazu bekommt. Sodass man das Modell eben noch erweitern kann und nicht unbedingt die anderen Sets dazu braucht. Und bei diesem Set finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut. Also 25 Euro, das finde ich eigentlich schon mal vollkommen okay. Aber das Set gibt es schon im freien Verkauf. Und da gibt es gerade ein ziemlich gutes Angebot bei Müller. Da bekommt man es nämlich gerade für 16 Euro. Und das finde ich einen ziemlich guten Preis für dieses Set. Ich weiß aber nicht genau, wie lange das Angebot noch gilt. Aber wenn man das halt bei Müller im Online-Shop bestellt, dann wird es eben zu einer Filiale bei euch in der Nähe geliefert. Und ja, für 15,99 Euro, da kann man echt überlegen, ob man sich das Set holt. Das ist aber natürlich alles nur meine Meinung. Ihr könnt mir eure Meinung zu dem Set gerne unten in die Kommentare schreiben. Und was mich auch noch interessieren würde, schreibt mir mal gerne, was ihr von dem Spiel an sich haltet. Also von dem Spielbrett und von der Idee, dass man eben verschiedene Sets miteinander verbinden kann und dann wieder so ein klassisches altes Brettspiel hat. Das würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch kostenlos machen. Und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Und ciao!